Hallo, Harley hier. Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic World of Xen. Wir befinden uns immer noch im Grab des Terrors auf der Suche nach den Megakredits, die wir brauchen, um unsere Schloss Neuburg, oder wie das nochmal hieß, wieder aufzubauen. So, jetzt erstmal wieder. Diesmal wieder nicht in diese Suppen treten. Ich wusste doch, dass da irgendwas passiert, aber nein, ich muss das natürlich auch erstmal ausprobieren. So, bin ich da richtig? Genau, da habe ich mich in der letzten Folge durchgedreht. Das ist so ein ähnlicher Raum, wie da hinten anscheinend. Mit überall nervigen Fallen. Aber was soll es? So. Da kommt man durch. Wat? Kommst du denn jetzt her? Ach, da kommt auch noch einer. Achso, ja. So, 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 so. So, so. So, hier kommen wir übrigens durch, ohne teleportieren zu müssen. Das ist auch schön. Oh, wie viele sind denn das? Äh. Ich weiß es nicht. Eins, zwei, drei sehe ich. Also, versuchen wir es nochmal mit vier? Juhu. Rot. Rot war Kraft. Kraft geht an unseren Halborg. Halborg. So, zaubern. Vier. Nein, da ist eine Mauer. Haben wir dasselbe. Da ist nur einer. Zaubern. Nehmen wir trotzdem drei. Auf Nummer sicher gehen. Ein Megakredit. Wir arbeiten an der nächsten Ausbaustufe unseres, äh, zu wenig Spruchpunkte. Na gut. Schlafen. Neu. Tageszauber. Zaubern. Ne, also Teleport frisst einiges. Frisst Teleport eigentlich auch Steinchen? Ne, gut. Zaubern. Drei. So. Das wäre ja noch schöner, wenn das jetzt die ganze Zeit Edelsteine fressen würde. Okay, wir haben ja ein paar auf Vorrat. Ich glaube, wir haben schon fast mehr Edelsteine wie, äh, Geld. Natürlich nicht, aber... Fünf. Ja. Rot. Du bist eh schon verrückt. Dann kannst du auch noch einen trinken. Fantastisch. Und irre ist er. Das ist dann der nächste Besuch im Tempel. So, aber egal. Ja. Es tut mir leid. Leute. Da musstet ihr jetzt durch. Scheint euch auch nicht so sehr gestört zu haben. Ihr seht doch alle ganz frisch aus. So, das... Och, komm. Ich hätte hier auch so durchgehen können. So, diesmal nicht auf die Suppe treten. Der Sarg ist leer. So, da schwingt was. Eintreten. Und... Eine Plattenrüstung. Besser wie nichts. Ich frage mich immer noch. Das sind Pullen. Da ist eine Pulle. Da ist eine Pulle. Also keine Kredite. Ich weiß, man könnte jetzt für die nehmen. Wegakredit des Königs. War es das jetzt hier unten? Zaubern. Zaubern. Drei. Nee, hier war ich noch nicht. Na gut. Äh, solche Wege funktionieren ja auch ganz schön. Ne, man... Äh... Teleportiert sich einfach durch die Gänge. Oh, orange. Brrrr... Trink du mal. Intellekt. Mist. Da gehe ich jetzt rein. Weil hier ein Mega-Kredit wartet. Ja, ist ja egal, wer den nimmt. Und hier haben wir nochmal... Orange... Orange-Grab-Saft. Äh... Bei Ind. Ne, ja. So. Ich da jetzt nochmal durchlaufen mit ihm hier. Da können wir jetzt, ne, um... Äh... Der Beschwerde vorzubeugen. Ich würde nicht heilen. Naturheilung. Okay. Zaubern auf ihn. So. Und öffnen. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Schlafen. Na, äh... Tageszauber? Oh, die könnten das wenigstens alphabetisch sortieren. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich hier nachher wieder wegkommen soll. Wo man kann sich bestimmt dann... Ja, muss ich mich da... Oben wieder wegporten wahrscheinlich. Drauf da! Auch wenn ihr alle irre seid. Ach, ja. Was haben wir denn hier Schönes? Irgendwas, was Großauer macht? Der Feuerball. Und... Und... Naturheilung. Bah, pfff. Funken. Wie gesagt, Spruchpunkte lieber dafür aufheben, um Leute wegzubrezeln. Gelb. Böööö, trink du mal. Genauigkeit. Okay. Gelb ist dann doch eher für ihn. Obwohl eigentlich können die alle mal Ja, ich weiß Wer will nehmen So Zaubern Neu, Teleport, jetzt mindestens 6 Bevor ich da in dieser grünen Suppe lande Teleport, okay Zaubern 6 Ja, lieber zu weit wie zu kurz Und weiter Ich glaube viel mehr kann es hier doch gar nicht mehr geben Ich weiß nicht, dass das schlimm wäre Okay Falle 3 Zaubern 3 Klappt doch Zaubern 4 Immer lieber zu weit wie zu kurz Das habe ich schon mal erwähnt Man kann das nicht oft genug sagen Ach, das habe ich auch wieder klasse hingekriegt Na, da weiß ich nicht, wie das auf den anderen Seiten aussieht Egal Zaubern 2 Ist ja eigentlich auch egal Das braucht ihr auch So Zaubern 2 Warum habe ich das vorhin nicht schon gemacht? Blau 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 Grün Ja, nein Nein Persönlichkeit Okay So Und Zaubern 4 Auch blau Da ihr eh alle total gestört seid Können wir das auch so machen So Zaubern Zaubern 2 Und dann sind wir hier Ja Zaubern 2 Und Zaubern 3 Hab ich jetzt Ne Da ist noch ne Tür zu Hallo Nein Nicht öffnen Okay Stahlsack Öffnen Nackter Schloss Stock Nein Okay Unentschlossen Machen wir Gürtel Und hier Nein Lieber nicht Unentschlossen Machen wir Schon ist er weg Handschuhe Und hier Ach, auch unentschlossen Dann ist die nächste dran Dolch Ich will wissen Ob hier hinter was ist Oder nicht Außer diesen Flaschen Nö Da auch nichts Außer den Flaschen Dreh, Dreh Ja Schmerz Lass nach So Zaubern 2 So Ausgang Wie viele haben wir denn jetzt? Hier, da finde ich es ja nicht Äh Da Gegenstelle 11 Ne, also So Zaubern Neu Portal 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 Da Zaubern Nach Och, schade Ich dachte, das wird gehen Na, okay Ab nach Vertigo Da jetzt Ja Hm Erstmal schlafen Und dann die Krankheiten aufheben So Fluch weg Heilen Heilen Der hat Die hat gleich beides Und schon sind die Leute alle wieder fit Und jetzt erstmal wieder ab nach Schloss Burlock Und dann haben wir ja noch den Schlüssel zum, äh, Turm der Hohen Magie Und ich erinnere mich so halb an den Hexenturm Wo es ja hieß, wo bei der obersten Ebene diese Wolkendecke war Und wo uns die Schädel sagten Wir bräuchten, äh, den Schwebenzauber Wir haben jetzt den Schwebenzauber Äh, wo waren, der Berater saß hier hinten, ne? Ah ne, der Berater hat uns ja nur einen Auftrag gegeben Hier unten war der zum Ausbauen Nur 5 Megakredits zahlen Ja Danke, die Arbeit wird fertig sein, wenn ihr dorthin kommt Kann ich den nächsten gleich mit Okay, erst da hingehen Bauen wir jetzt erstmal unsere Burg auf Und werden uns dann um die anderen Questsachen kümmern Wir müssen auch mal wieder an der Hauptquest arbeiten Aber Notfalls setzt man sich da ein bisschen Zeit So, während des Baus fand ein Arbeiter einen weiteren dieser seltsamen Steine Hier ist er Ach, so lief das ab mit dem Stein Ich dachte, ich hätte ihn hier irgendwie freigegraben oder so Da geht's, oh, im Keller Auf allen Weg nach unten ist die Treppe mit Schutt blockiert Ihr könnt nicht weitergehen, also geht ihr zurück Ach, nach oben geht's Da ist nix So, jetzt müssen wir erstmal den Trainer finden Da steht Bo Bo Steht zum Ehren der großen Abenteurer Ja Ich bin, nein, wir sind die großen Abenteurer Hier geht's auch wieder hoch Hier ist auch nix Was sind das für komische Räume, die wir da haben Wir bauten, hatten diese Burg gebaut Okay, was ist hier? Training, genau Stufe 15 Stufe 15 17 Na, welch Wunder Die haben gerade mal 15 geschafft Die sind schon zwei Level weit voraus Ach, das ist ein Schmied Gut, den merke ich mir Hier geht's wieder hoch Achso Hier in meinem eigenen Schloss sind die Türen dicht Och, cool Haben wir hier schöne Betten Da liegt aber jemand drunter Okay, wir haben schon mal ein Schlafzimmer Was ist hier? Och, wir haben unseren eigenen Tempel Und ne eigene Bank So, erstmal lagern Edelsteine 4.000 900 müssen eigentlich reichen So durch die Gegend schleppen Und schon fast eine halbe Million auf Tasch Beschwärts Nahrungsrucksäcke auffüllen Ja Das ist natürlich auch schön Geht das? Ne, bis 20 Podest Wer will berühren Fühlt sich kalt an Okay So, jetzt möchte ich natürlich noch die nächste Ebene haben Der Keller ist auch noch nicht fertig Und ohne Keller ist ja so eine Burg auch nicht gerade das schönste Mit Verlies Wo man die bösen Buben wegsperren kann und sowas Muss man ja auch noch haben Ach, ich verlaufe mich hier auch immer So Da war's Das einzige was das Schloss noch braucht ist ein Dungeon Unter dem Schloss liegt noch ein Dungeon Aber das muss erst noch ausgemistet werden Dazu ist eure eine Erlaubnis nötigt Kommt wieder, wenn ihr sie habt Na toll Und wo kriege ich die her? Befreit Krone aus der Fänge des bösen Magiers Da sorgt für den sechsten Spiegel Und gehört zu der Krone Wo bekomme ich denn die Erlaubnis her? Okay, dann Werden wir uns doch erst um die anderen Sachen bemühen Wie den Äh, ja Irgendwo hier unten waren doch Türme Oder? Irgendwo in dem Wald Da wo auch die ganzen Schützen rumliefen Das ist unsere Burg Da ist ein Turm Ich sehe, ihr habt den Schlüssel zum Turm Ihr dürft vorbei Okay, das ist natürlich schön Turm der Magie Ebene 1 Ja Das läuft doch schon mal Das ist wieder so eine Suppe Auf der nichts passiert anscheinend Halt, 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 halt Also erstmal seht ihr Ihr seht alle so müde aus So, zaubern Neu Tageszauber Okay, zaubern Trank trinken Elektro Elektrizitätswiderstand dauerhaft Okay, bei den nächsten Tränken müssen wir gucken Wer die, äh, Widerstände denn braucht Am dringendsten Die Kiste ist leer Man muss da ja So, Kältetrank Werden den geringsten Kältewiderstand 7 10 2 Ja, bin ich mir schon fast sicher Dass Unser Waldläufer den braucht Ne, doch, unser Magier So Macht das jetzt schaden, wenn ich da drauf stehe? Nö, ne? Nur komische Geräusche Kiste der Pandora Ja, natürlich öffnen wir die Kiste der Pandora Wer will die nicht geöffnet haben? Vielmehr irritieren mich die Flugfüße Ach, da geht's hoch Sind wir dich von hier auch irgendwo Na, egal Nach oben Nach oben ist immer gut Also die Flugfüße sind jetzt ja auch nicht gerade Die Gegner, von denen man so im Heldenleitfaden auf der Akademie was lernt Aua 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 Aha Aha Spruchpunkte auf 0 Will mir das jetzt erzählen, dass das die Spruchpunkte auf 0 ist, wenn ich da durchlaufe? Gegen Gift Ach komm Wir machen Sofra Schnauze, Kälte Hier, du warst noch so niedrig da drin Hier ist der Pandora Ach, egal Oh, was ist denn da jetzt mitgekommen? So, erstmal auf die Flugfüße Und dann auf den Zauber Die halten aber auch nichts aus Was mich jetzt natürlich erstmal nicht stört Vor allem, wenn es stimmt, dass die Elektro trank Ach komm Feuer Feuer, ach auch hier Unser Halborg darf ruhig mal ein paar Tränkel kriegen Und die nächste Pandora Kiste Machen wir auch auf Man kann nie genug Flugfüße vor sich haben Das müsste ich jetzt eigentlich mal ausprobieren So, schlafen Wir haben 195 Spruchpunkte Wir haben 0 Spruchpunkte Okay Begriffen Nicht durch diese Fallen laufen Mensch Gift Giftrank sie Okay Okay Nicht da durchlaufen Zaubern Neu Teleport Teleport Da ist der Teleport Zaubern Zwei Flup Okay Wenn man da durchschwebt Ist es nicht schlimm Giftrank Wer will trinken Ach sie Ach sie Ach jetzt muss ich hier doch durch Hebt auch gleich den Tageszauber auf Ne Hier ist der Pandora Ja klar Wir öffnen immer Fand Schriftrolle Was für eine Schriftrolle Fällt dir unter Gegenstände Fähne Wurzeln Jacksteine Kredite Pass Schlossblick Falsche Welt Äh Nö Dann wird das wohl Irgendeine andere Schriftrolle sein Und hier Ach Noch eine Schriftrolle Hallo Und noch eine So Bevor ich jetzt aber dahin gehe Werden wir erstmal unsere Spruchpunkte wieder hochschlafen Hallo Mysterien des Lichts Licht ist Ne Kannst nicht lesen Du lernst den Spruch Prismalicht Was macht Prismalicht Die Kunst der Magie Du lernst das Talent Taschendiebstahl Okay Das ist anscheinend etwas Das jeder Magiekundige Ach komm Das sollen sie alle lernen Wenn es umsonst ist 75 Yeah Er hat 75 Spruchpunkte Warte Warte Tagesschutz Okay Zaubern Yeah Das blinkt Und leuchtet Und funkelt Ne Widerstände gehen nicht hoch 15 15 15 Hält Stufe 15 Schau Ich dachte auch die Stufe wird hoch Oh ja Alter Fällt mir gerade ein Wir haben so alte Säckener Gruppe Gigantisch Ja So es hat er zwar sonst keine Spruchpunkte mehr Aber jetzt können wir hier auch Komplett glänzen Damit wir hier alles am leuchten und funkeln haben Muss ja wenigstens schön aussehen Ne Optik ist alles Der erste Eindruck zählt Wenn man den Gegner entgegentritt Dann so hell funkelnd wie möglich Schlüssel zu Dasorgs Turm Ach Da hätten wir also eh noch einen Schlüssel gebraucht Um überhaupt in der Hauptquest weiter zu kommen Hm Jetzt haben wir uns so schön ausgerüstet Zaubern Ha Ich bin doch nicht doof Jedenfalls Nicht so doof Äh Wie sonst Jetzt gerade mal Okay Zaubern Drei Plupp Oh Wir haben eine Axt gefunden Und schwebende Füße Noch einer Das meinte ich So So ein ähnliches Ding War doch auch Bei dem Hexenturm Weswegen ich davon ausgehe Dass man hier über die Wolken schweben kann Vor allem weil da auf den Wolken Gerade was rum lag Oder habe ich mir das eingebildet Die können ja auch über die Wolken schweben Bevor ich das aber ausprobiere Werde ich speichern Ich weiß nur dass es in Darkseid Gab es auch Wolken So Aber jetzt erstmal Speichern Okay Ja Let's play 18 Und bevor ich das ausprobiere Werde ich euch leider auch auf die nächste Folge vertrösten müssen Und sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen Bis denn Tschüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020